München und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, herzlich willkommen zu VfR-TV. An der Sebener Straße darf ich euch recht herzlich begrüßen. Unsere Mannschaft hat leider 1-0 verloren. Begrüßen darf ich neben mir Sebastian Leube. Grüß dich. Hi. Servus. Basti, wie hast du das Spiel gesehen? Kannst du uns da kurz mal dein Feedback geben? Ja, natürlich war zu erwarten, dass Bayern natürlich viel Ballbesitz hat und dass wir natürlich mal schauen müssen, dass wir hinten gut stehen. Der Trainer hat natürlich dann auch immer versucht, uns gut zu coachen, wie wir ein bisschen verteidigen. Und ja, Bayern hatte natürlich auch ein paar Torchancen dann immer wieder. Aber ich denke, wir haben es gut gemacht. Bist du zufrieden also? Ja, eigentlich schon. Wir sind ja auf jeden Fall als Mannschaft aufgetreten und hatten alle Spaß. Und das hat man auch gemerkt, dass jeder voll motiviert ist. Ja, das ist super. Als du reingekommen bist, am Anfang hast du ja jetzt nicht so viele Aktionen gehabt, aber dann auf einmal warst du da zur rechten Zeit und hast aber den Ball leider nur gegen den Innenpfosten geköpft. Wie hast du das gesehen? Ja, ich habe halt nur gesehen, dass der Ball an den Innenpfosten ist. Ja, wie gesagt, es war halt Ecke vom Floh und ich habe mir halt vorgenommen, dass ich in den Ball halt voll reingehe. Und ja, den Kopf hat er halt getroffen und leider ist er halt nur an den Innenpfosten. Also Fazit kann man sagen, rundum zufrieden, oder? Ja, ich würde schon sagen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft und ich denke, wir haben uns tapfer geschlagen und mit ein bisschen Glück holen wir auch ein 1-1. Ja, leider hatten wir diesmal nicht das Glück, aber er weiß, nächste Saison, falls wir aufsteigen sollten, dann können wir ja nochmal gegen die Bayern gucken, ob wir da einen Punkt holen. Danke, dass du kurz Zeit hattest. Sehr gern. Tschau. Tschau.